hallo willkommen zurück in unserer höhlentour wir wissen zwar nicht ob wir in dieser höhle schon waren oder nicht ich glaube nichts kann mich hier nicht dran erinnern achso und da geht es zurück also hier ist gerade nur im kreis gelaufen jetzt noch mal runter ach so jetzt verstehe ich es nicht was ist das hier ekelhaft muss man sich bücken was geht denn hier ab wieso liegt hier so viel geld schau mal was ich gefunden habe schau mal was ich in der hand habe okay in der hülle waren wir doch nicht so viel geld ich bin reich medizin essen also das ist hier gerade richtig geil ich glaube das waren banditen alle viele einfach armbanduhren hier rumliegen ich glaube das waren banditen mit einem kopf voller geld und schau dir mal da ist der halbe kopf weg von dem typen da voll eklig wollen wir hier mal ganz kurz bomben loszubauen wir hier sind so viele armband und wie viel pumpen habe ich denn noch naja ich brauche mal schon eine warte gegen diesen circuit board coins armbanduhr was war es andere geld armbanduhr ach ich kann es nicht bauen ich habe schon zu viele man kann maximal habe ich eins zwei drei vier ich hab die ganze alten molotov rein ich will die uhren mitnehmen es ist so viele uhren und man kann sie nicht mitnehmen das ist leicht ärgerlich eine uhrentasche bräuchte man ich hab mal gehört dass das katar in der nähe vom cockpit ist aber sind wir in der nähe vom cockpit ich glaube nicht oder nee eigentlich eher gut aber kann es sein dass das cockpit vielleicht bei jedem woanders irgendwie spawns weil es hinterteil ist auch mal ja das ist ja dein spawnpunkt aber das cockpit sollte ja immer gleich sein keine ahnung vielleicht gibt es noch einen anderen eingang zu dieser höhle das könnte sein ich will wissen wie es bei dir ausschaut ich will wissen wie es bei dir ausschaut ich will wissen wie es bei dir ausschaut ja genau du hältst du hältst den katana in der klinge in der handplatte wenn du dich blockst ach so voll naja gehts weiter oder auch nicht dann machen wir wieder licht doch hier gehts weiter hier gehts weiter oh ne da da sind wir nicht weg gekommen ne hier ist ein story element ah irgendwas war direkt da das sind ja batteries collected oh hat er bei dir irgendwas in die hand genommen ne wieso liegen hier die zwei köpfe von denen drin und die naja ja klar kann carry anymore sodass ok ja hier gehts nicht weiter ich glaub hier gehts gar nicht weiter ja ich glaub das war die untere höhle dann könnten wir doch was machst du ich glaub hier ich brauch hier nicht gucken ob es auch noch einen anderen eingang gibt na gut dann schauen wir jetzt doch zu dieser wasserstelle jetzt oder ja schauen wir mal ob wir da vielleicht so weiterkommen irgendwie na gut ups was ist das eigentlich ist das stück haut und da ist da was drauf ja das ist so wie ein tattoo so ein fisch ist das das ist ein fisch ach so ein stück haut und dann oben rechts ist ein teufelskopf links daneben ist eine blume eine rosa oder so und dann drunter ist ein fisch ja ach der hat war das sein ne rückentattoo war das nicht von ihm vom arm vielleicht ach keine ahnung doch vom arm du hast recht hier ist aber leicht eklig oder hier wirds abgeschnitten stimmt hier rechte arm leicht dezentig oh hier ist stoff hab ich gar nicht gesehen hey da ist auch stoff da ist auch stoff hab ich gar nicht gesehen alles an bist du blind schade dass wir die köpfe nicht mitnehmen werden na gut ich glaub wir haben uns jetzt lange genug hier aufgehalten ja gehen wir jetzt wieder zurück ich hab keinen anderen eingang gefunden also ne dann zum wasserding da zurück vielleicht konnte man da tauchen sind das finger oder sind das zähne das ist ein finger das ist irgendwie ekelhaft ja obwohl lieber jetzt zum wasserding konnten wir gar nicht tauchen ne sind wir nicht da lang gelaufen bei dem wasserding sind wir auch lang gelaufen ja ja klar es kommt mir grad zu dass wir da drüber geköpft sind da konnte man ja gar nicht tauchen da konnte man ja gar nicht tauchen dann war das die ne wohl da ging es ja gleich mal nach links auch noch ne da nochmal hingucken in den höhlen verirrt man es irgendwie doch relativ leicht dann waren wir hier und hier ging es sind schon wieder die stoffe dran wohl hab ich die nicht genommen ach hier ging es rechts noch oder war das nur ein kreis ach ne es war nur ein kreis ok ich nehme es zurück ok ok ähm wo bist du ich weiß es nicht ach ach ich bin zurückgelaufen sorry ich bin auch so zurückgelaufen schlaume ey wieso war ich so schnell bei dem eingang das war doch ach ich bin dann da runter gefallen und dann lang gelaufen ok 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 ja dann waren also das haben wir schon mal abgesucht ich glaube mal da oben lang nein ja da ist ja noch ein koffer kann man öffnen ähm scheiße 100 hoffentlich schaue ich da durch ok jetzt bin wir mal wieder hier also hier ist nichts mehr eindeutig ja ja dann das war die helle höhle hier sind wir hergekommen und da oben naja genau der ist enge spalt hier ba ba so jetzt müssten wir glaube ich jetzt gleich wieder genau jetzt sind wir wieder beim wasserloch naja genau genau also jetzt können wir hier recht das könnte man hier noch lange genau dann gehen wir doch jemand vielleicht sind wir hier schon mal lang gelaufen an der höhle weil ich weiß mir fast sicher dass wir schon mal reingelaufen sind bin ich weiß es echt nicht mehr ich weiß noch draußen die 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 leute die so gekreuzt aufgehangen und gekreuzigt wurden da ja ja kann ich erinnern dass wir dann diese höhle reingelaufen sind ich glaube nur am anfang ganz kurz mal reingeguckt das ist weil ich nicht mehr weiter weiter glaube ich und da war nichts da war nicht nur das deswegen haben wir gesagt das kann nicht sein wahrscheinlich haben wir irgendwas übersehen deswegen wollten wir noch mal reingehen und anscheinend haben wir da was übersehen und katana wahrscheinlich haben wir den anderen eingang nicht gesehen gehabt ja siehste daran kann ich mich auch erinnern dass wir eine wand zerstört haben und direkt danach ist nochmal in der wand gekommen ja aber es wird bisher schon öfter sein obwohl jetzt wird es doch ziemlich ja ich glaube wir waren hier doch ja doch hier waren wir schon mal dann die wand rechts ja doch hier waren wir schon und die halben menschen da so eine riesen höhle wo nichts war weißt du es noch also mit ein seil runter war hier nicht so eine mutant unten hier ist ein seil ja doch jetzt kenne ich mich da wieder aus ja hier unten sind die ganzen leichenmenschen kann das sein stimmt da haben wir da unten nicht die keykarte gefunden ne das war woanders ne ne das war woanders stimmt ich weiß es nicht mehr genau aber hier waren wir schon da bin ich mir fast sicher der hell ist das so ekelhaft ist das da jetzt runtergefallen irgendwo ist das runtergefallen ja ich habs akkert da fällt Geld runter lustig und das ist vielleicht das ist ein e-site liegt immer wieder was drunter los ja der fliegt immer warte guck her da zack bei mir fliegt der voll weg bei mir fliegt der voll weg da ist schon wieder Geld ähm ach jetzt also jetzt fliegt es runter stimmt die ganze zeit wenn ich dagegen habe ne bei mir und ab und zu mal warte hier kommen wir besser hin ja hier fliegt auch Geld rein hau mal gegen die anderen leichen ist voll lustig stimmt jetzt fliegt es auch runter ja komisch ich glaub das ist ein e-site weil eigentlich sollten die kein Geld bei sich haben ne ach vielleicht haben sie ja Geld gegessen ist ja gut ich friere wir müssen raus ja raus aus der Höhle 5 Minuten haben wir noch für diese Folge und dann können wir versuchen noch raus zu kommen nee wir haben noch ein bisschen länger ich seh nichts bist du hinter mir ja boah ich seh grad gar nichts ähm ach so jetzt sind wir irgendwie ja hier waren wir sicher weil da war der Typ der komm wie hier raus ist ach hier ist ein sauer cool zum hier raus gehen oder ja ja klar ich wollte hier nochmal nur gucken ob mir noch vielleicht noch wieder was liegt oder wollen wir dann bei anderen Höhlen was ist da drin nichts uah was war das jetzt mich hat's krass vorgegeben ja mich auch ich bin voll dunkel und ich hör die ganze Zeit irgendwas was ist das laufen und so nein das ist voll so wow voll das dumpfe Geräusch grad was zum Teufel war das jetzt mich hat's grad so geschockt ach ist das nicht dort wo ich einem runter gefallen bin könnte sein ja ich glaub das ist das Loch wo doch er so nah erscheint auf dem extrem weit weg ja genau das ist das Loch und wo ich einmal nicht rausgekommen bin oder so wo ich dann runter gefallen bin und gestorben bin ich weiß es nicht ja stimmt's ja da bist wir runter geflogen schon he so unfähig wie du bist schnauze ich weiß aber nicht mehr wo wir rauskommen aha doch da war ich schon mal ach so das haben wir mit lila gemacht okay echt das haben wir mit lila markiert ja stimmt's okay genau die gleiche Höhle komm jetzt mal na gut dann äh was machen wir jetzt versuchen wir zurück zu gehen und dann zur nächsten Höhle dann oder von jetzt vielleicht zur nächsten Höhle oder was hast du denn geplant oder was haben wir denn vor ich schaue erstmal in dieses eine Haus da rein in der Hoffnung in der Hoffnung in der Hoffnung dass vielleicht da das komische Stein Ding ist zum Sprengen weißt du was ich mein? naja ich war schon wie tot denn sie einfach sind oh ne warte ich bin mal gespannt mit dem Katana ich bin mal gespannt 3,4,5,6,6,8 naja viel besser geht's nicht viel besser geht's nicht ist hier irgendwas? nö 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 he he ich glaube bei den Häusern haben wir schon mal nachgeschaut glaube ich oder? ja ich glaube es auch ja man kann aber keine weiteren Köpfe mitnehmen warte dann gehen wir nochmal äh ja ok es ist aber eigentlich schon vorbei na jetzt dann demnächst die Folge die Folge was haben wir denn vor wollen jetzt ich will erst mal zu diesem einen äh zu diesen einen Eingang gehen und dann die Flagge ändern auf rot oder lila ja gut wenn du willst kann man es natürlich noch ach hier ist gleich der andere Eingang hier unten ist es nicht ist es ja nicht die gleiche Höhe ach da würde ich halt sagen wir gehen jetzt einfach da runter ey wie sag ich jetzt wieder drei gelbe Flaggen weil es schon immer drei gelbe Flaggen waren weil in diesem hellgelben da sind wir mal reingegangen glaube ich ok dann würde ich sagen wir gehen jetzt in diesem dunkelgelben da und gehen da in der nächsten Folge rein da hast du eher keine Lust vielleicht bin ich ein bisschen hinter dir mein Freund ich friere eigentlich nur ich friere und habe wieder Hunger und so wir müssen es vielleicht ah ok da gehst also runter irgendwie ah das ist Cockpit ach so dann ist das der Eingang jetzt weiß ich wo wir sind ja wollen wir hier mal so ein äh shelter bauen das wir hier mal speichern können und übernachten ja genau das ist eine gute Idee brauchst du schnell ja weiß dann speichere ich mal speichern wollen wir schlafen? wir schlafen wir schnell gut schlafen wir ach endlich wieder hell so wunderschön lass dich anschauen mit deinem Katana sehr schön und ja wie dann würde ich sagen die Folge ist beendet ach jetzt ist mein Hammer wieder da ach scheiße ich hatte Hoffnung dass er einfach verschwunden ist bei mir na gut würde ich sagen die Folge ist beendet danke fürs zuschauen und bis zur nächsten Folge tschüss ciao